Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder YouTubers Live 1, machen direkt weiter, legen uns erstmal ein Pen und dann genüsslich ein Brot, würde ich sagen. Wir essen genüsslich ein Brot und kaufen uns ein bisschen was zu futtern würde ich sagen. Haben wir aktuell genug Geld? Erstmal Sampages, 10 Stück und ein paar Hot Dogs. So. Aufrüsten, können wir jetzt neue Sachen holen? Nein. Warum auch immer das nicht geht. Oha. Die werden ja immer mieser, die Karten. Die werden ja immer mieser. Klamotten-Shop. Warum. Fahne, man. Ja, nee. Ähm. so guck mal da noch mal ein super helden set wer ist das überhaupt das ist spiderman kenne ich nicht kenne ich nicht wer weiß gefällt mir alles nicht so nee das ist mir zu protzig was haben wir hier ja 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 Achso, ähm, wir können ja nochmal nach dem Spiel gucken, wa? So. Ah, jetzt kommen die Spieler an. Das wird immer voller dort im Regal. Das wird immer voller. Ah. So, jetzt kommt die Preview auf dem Regal. Ähm. Das da. Ähm. Nehmen das da. Wir nehmen einmal das. Warum auch immer ich jetzt das genommen hab. Das da. Das da. Ähm. Das da. Und das da. Und hier nehmen wir das da. Ähm. So. 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 Nein. Äh. Äh. Das. So. Und das. Ja. So. 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 Ja. Ja. Mach mal. Ja, wir essen mal was und dann machen wir erst mal einen Pipp. So, dann dödst man auch eine Runde. Und geh nochmal eine Runde arbeiten. So, geh direkt nochmal arbeiten. Klar, für 2 Stunden jetzt nur. Und dann essen wir nochmal schnell was. Was haben wir hier? Ja, 700. Das reicht alles hinten und vorne. Wie erreiche ich denn Level 16? Hier steht halt Maximum und ich verstehe das noch nicht so ganz. So. So. Hm. 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 Moslem. Komischer Name. Strategiespiel. Haul-PC rausbringen. Spielbewertung gut. Ist immer so. 25 Mücken kostet das Spiel. Okay. Und da ich Ike bin, kriege ich es wieder umsonst. Und da. Und da. So. So. Na ja, komm, scheiß drauf. Ich kann selten was ausschlagen. Vor allem, wenn es um Mädels geht, ja komm, scheiß drauf, bei dir machen wir das gleiche. Oh, jetzt auf einmal, ich wäre berühmt und so. Oh, was ein Hund. Ich mag den Türsteher nicht. So, zweites Spiel. Da ist es. Ähm, das hier, das da. Schade, kann ich jetzt nicht öffnen. Ich muss ein grünes nehmen, es geht nicht anders. Das da. Wir haben eine Kommandasse. Wir haben eine Kommandasse. Machen wir das da. Machen wir das da. Machen wir das da. Und jetzt noch das da. So, so, so. So, so, so. Hammer. Läuft, läuft, läuft. Ich guck, das eine Gameplay schafft man wieder nicht oft zu nehmen. Außer wir halten uns jetzt noch ran. Ähm. Hallo? So. Okay. So. Ähm. So. Das da. Ähm. Ich würde das da nehmen. Dann nehmen wir das da. So. So. Und das da. Ehm. So. 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 Und das? Und das? So. Fertig. Söchen. Dann. Urlaub essen. Folgen? Was macht die? Oh nein. Das haben wir wieder nicht geschafft. Scheiße. Was willst denn du von mir? Ah ja, komm. Oh, schön. Ah. Wir müssen uns jetzt mal das Profil angucken. Haha. Aber immer noch 51. WTF? Oh Mann. Wann? Wann kommt denn hier an? Das ist alles gar nicht so einfach. Ach. Oh. So. So. Oh. 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 Das da. Das da. Ähm. Wir machen jetzt erstmal schnell das da. Ja. 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 Bleibt guck wie gesprungen. Wir haben eigentlich alles voll. Ähm. Okay. Machen wir das da. Ähm. Das da. So, 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 dann nehmen wir jetzt das. Das und das, so, fertig. Genau, genau, genau. Was ist denn jetzt, wenn ich eigentlich nach Hause gehe? Kann ich mir da ein neues Apartment suchen? Wenn wir gleich mal testen. Oh! Aber hier sind wir doch. Oh, cool. Hol dir ein neues Smartphone, poste Content im Sozialnetzwerk und erreiche 30.000 Abonnenten. Aha! Ah? Ah, 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 ah. Ok. Hab ich doch. Oder? Ha. Ähm. Geschenk geben? Tada! Ist das geil. Hier war ich doch gerade. Ähm. Hm. Ach du Scheiße, was gibt's denn hier noch alles zu machen? Ähm. Ähm. Ja. 28. 20. Ähm. Aha. Ähm. 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 Erstmal chatten. Ähm. Ähm. Wir müssen das auch noch alles abarbeiten. Ähm. Wenn's euch ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann bleibt entspannt. Nächsten Tag. Und Bye Bye. Bye.